Herzlich willkommen zur Pressekonferenz am Samstag. Ein Heimspiel wieder im Audi Sportpark Dynamo Dresden ist zu Gast bei uns. Wir erwarten ungefähr 7.000 bis 8.000 Zuschauer. Wir hoffen natürlich noch, dass sich einige dazugesellen aus Dresden bis zu 2.000 Zuschauern vor Ort. Damit das Wort an den Trainer. Thomas, ich glaube, es gibt ganz gute Nachrichten, was das Personal betrifft. Wie stellst du die Mannschaft ein auf das Spiel? Ja, bis auf, wenn wir schon vom Personal reden, bis auf Malte Metzeler, Joey Keng und Manu Schäffler sind alle Mann an Bord. Stefan Leitl noch rot gesperrt. Aber ansonsten kann ich eigentlich es kurz und bündig fassen heute. Die Leistung bestätigen, die wir eigentlich in der Vorbereitung und jetzt in den letzten Spielen gezeigt haben, bis auf die 30 Minuten und die letzten 15 Minuten von Paderborn. Ich denke, dass wir auf einem richtig guten Weg sind. Man sieht, dass die Mannschaft viele gute Situationen für sich entwickelt hat, dass wir auf einem richtig guten Weg sind. Wir haben natürlich sehr ärgerlich, was ärgerlich natürlich war, war dann doch die Punktausbeute, weil wir es doch definitiv so klar in der Hand hatten in beiden Spielen. Ja gut, das ist nun mal so. Wir wollen nicht jammern, sondern wir wollen jetzt am Wochenende das Spiel so angehen, dass wir sagen, wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen und der Gegner muss es gewinnen. Ansonsten gibt es von meiner Seite aus dazu nicht viel zu sagen. Dynamo Dresden, Traditionsmannschaft, die Mannschaft, die muss gewinnen, weil es halt auch um den Abstieg geht. Es sind noch viele Mannschaften mit im Abstiegskampf drin. Auch wir sind noch dabei, wir haben nur noch nicht die Punkte, die wir uns wünschen, beziehungsweise dass wir als Ziel gesetzt haben, dass wir damit nichts zu tun haben. Es sind noch genug Spiele da und wir müssen schauen, dass wir unsere Punkte holen. Deshalb, wir wollen unbedingt gewinnen, der Gegner muss gewinnen und ich erwarte ein hart umkämpftes Spiel. Du hattest mit den Personalien begonnen. Der Christian Aikler ist seit Wochenbeginn schon wieder im Mannschaftstraining. Und der zweite Teil der Frage, dann auch für Samstag schon ein Thema für den Kader? Außer die Spieler, die ich genannt habe, die verletzt sind, sind alle Mann seit Wochenbeginn im Training. Ümit Korkmaz, Christian Aikler, die Gelb-Rot- und Rotgesperrten sowieso. Habe ich einen vergessen? Nein. Ansonsten Buchener war auch voll dabei. Klar ist Chris, er hat ja auch mit dem Reha-Training recht schnell begonnen. Er hat es sehr, sehr gut verarbeitet. Natürlich ist er eine Option für das Wochenende auch. Thomas, wie tief ist der Kloß im Hals gehängt da nach dem verschossenen Elfmeter? Wie lange habt ihr ihn gebraucht, bis ihr das verarbeitet habt? Ich glaube, wir hatten gar keine Zeit, diesen Kloß zu verschlucken, weil es eine Situation war, die nicht typisch und nicht üblich ist. Klar ist auch, ich habe es gesagt und das sage ich jetzt etwas emotionsloser, wir erwarten von unseren Spielern, dass sie selbst von sich überzeugt sind, dass sie eine Überzeugung reinwerfen, dass Selbstvertrauen da ist. Das muss aber immer so sein, das ist ein schmaler Grad dann zur Überheblichkeit. Das wollen wir nicht. Aber der Junge hat eine Entscheidung getroffen. Ich erwarte von Spielern, dass er eine Entscheidung treffen. Es ist so, dass es uns Punkte gekostet hat. Ich heiße es nicht für gut, was da war, aber trotzdem, er hat die Entscheidung getroffen und ich stehe zu 100 Prozent dahinter. Wie sind die Elferschützen eingeteilt für Samstag? Ich wechsle dann kurz vorher. Ich wechsle dann den Elfmeterschützen ein. Das ist eine gute Frage. Ich werde mit Sicherheit am Wochenende versuchen, einen zu bestimmen. Dem Ilian ist auf keinen Fall verboten, dass er den nächsten schießt. Ich glaube einfach, wenn er sich gut fühlt und er macht ihn rein, dann habe ich nichts dagegen. Ich habe doch gesagt, ich stehe zu der Entscheidung zu 100 Prozent. Ich heiße es nicht für gut, weil es ist natürlich auch eine Situation, die in der 93-Minute ist. Da wünscht man sich, wir haben uns alle gewünscht, dass das Ding reingeht, Abpfiff, in Flieger und nach Hause, aber es war nicht so. Deshalb müssen wir lernen, dass wir solche Situationen nicht als Wiederholungen vorkommen lassen, dass es eine einmalige Situation ist, dass wir alle daraus lernen. Wir haben hier schon mehrfach über die Dominanz bei Heimspielen, die Erwartungen gesprochen. Du hast schon gesagt oder hast dafür geworben, dass die Mannschaft einfach noch ein bisschen Zeit braucht, dass das ein Entwicklungsprozess ist. Jetzt kommt aber der Tabellen-16. Kann man den Fans ein bisschen Hoffnung machen? Gemeine Frage. Weil gerade in der zweiten Liga haben wir selbst gelernt, ob 18. oder 5. oder 3. oder 2. das spielt keine Rolle. Die Einstellung ist entscheidend. Wir werden versuchen, unser Spiel durchzudrücken. An gewissen Tagen klappt es besser und manchmal klappt es weniger gut. Wir müssen schauen, dass wir diese Balance hinkriegen, dass wir mehr die guten Situationen für uns entscheiden. Dynamo Dresden ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die sind vor der Saison mit Sicherheit mit diesen ganzen Spielerwechseln und auch Neuverpflichtungen mit einer ganz anderen Erwartungshaltung in die Saison gegangen. Sie finden sich jetzt auf diesem 16. Tabellenplatz, aber es ist keine Mannschaft, die normal dahin gehört.